Jubiläumsfeier Jubiläumsfeier, 70 Jahre Heimatpflegeverband mit einem Rückblick auf Anfänge und Entwicklungen und einem Blick in die Zukunft. Untertitelung des ZDF, 2020 So, geschätzte Landesobfrau Claudia Bleikner, sehr verehrte Heimatpflegerinnen und Heimatpfleger aus nah und fern, Sie sehen es mir nach, wenn ich jetzt nicht alle namentlich begrüße bei so einer illustren Gesellschaft, glaube ich, ist das hinfällig. Für uns Heimatpfleger sind alle, die sich heute bei diesem tollen Wetter die Zeit genommen haben, hierher zu kommen, Ehrengäste. Und als solches empfinden wir sie und als solches sind sie herzlichst eingeladen. Und ich hoffe und freue mich, zusammen mit Ihnen einen schönen Tag zu verbringen. So, bitte Gott hart. Mendelpaß war vor dem Ersten Weltkrieg ein Treffpunkt von aristokraten, Schriftstellern und Wissenschaftlern aus ganz Europa. Habsburger, nicht Habsburger, König von Bulgarien. Es waren zwei große Nobelhotels und es ging bis 1914 bis zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges und dann war es vorbei. Und die sind alle hier hinauf und heruntergefahren mit der Kutsche oder mit dem Landauer oder mit dem Stellwagen. Die Straße war nicht asphaltiert, es war eine Schotterstraße. Sie ist dann ein grober Asphalt, ist gemacht worden, 1935. Mussolini, ich war auf dem Manöver, ich heruntergefahren und zu dem Anlass haben sie einen groben Asphalt hingelegt. Mussolini ist auch da vorbei gefahren. Sissi, die Kaiser Elisabeth von Österreich, da habe ich die Maraner Zeitung von 1889, ist am 6. September da mit der Kutsche heruntergefahren. Ich lese euch vor von der Maraner Zeitung. Nach eingenommenem Mittagsmahl ging es in vier Flotten mit stolzen Schimmeln, bespannten Kutschen, die schöne Mendelstraße bei prächtigem Wetter und reiner Fernsicht hinunter. Der Weg von Matschatsch hier bis St. Michael in Eppan legte die Kaiserin über die Gleif zu Fuß zurück. Also hier bis Eppan ist sie zu Fuß hinuntergegangen. Und da ist ein schöner Waldweg, der da hinunter geht, 14 Minuten bis zum Steinrecker. Und da wird sicher der eine andere Idee haben, nennen wir diesen Weg Sissiweg. Jetzt kann ich fertig. Danke Gott, Herr Pandergassen. Ja, und jetzt darf ich unsere Landesobfrau, Dr. Claudia Bleikner, um ihre Festansprache bitten. Sehr geehrte Ehrengäste, liebe Heimatpflegerinnen und Heimatpfleger von nah und fern. Ich mache es wie der Verbandssekretär, der heute schon gesagt hat, Sie sind heute alle Ehrengäste. Denn wir feiern heute die Heimatpflege. Wir feiern, weil wir an die inzwischen lange Geschichte des Heimatschutzes in Tirol erinnern. Und da gibt es ja auch einen bemerkenswerten Zufall. Denn auf den Tag genau morgen sind es 111 Jahre, dass in Innsbruck auf Initiative des Grafen Trapp und des gebürtigen Traminers Kunibert Zimmeter überhaupt der erste Heimatschutzverein Pirols gegründet wurde. Hier auf Matschatsch am 21. August 1949 wurde der Verband aus der Taufe gehoben. Eine zentrale Organisation, die die Einzelnen nach dem Zweiten Weltkrieg sich wieder konstituierten Vereine unter einem Dach zusammenführen und damit eine bessere Sichtbarkeit und Wirksamkeit in der Wahrung der Interessen der Allgemeinheit erzielen sollte. Mein persönlicher Heimatbegriff ist ganz eng mit dem Begriff der Verantwortung verbunden und definiert damit mein Verhältnis zu meinem Lebensraum und deren Menschen. Verantwortlich sein dafür, wie mit der Natur umgegangen wird, dafür, wie die Werte im Zusammenleben der Menschen respektiert werden. Verantwortlich für die tradierten Kulturgüter. Verantwortlich für die Welt, die wir unseren Jugendlichen übergeben. Und so plädieren wir und arbeiten wir Heimatpflegerinnen und Heimatpfleger für die Erhaltung, Pflege und bedachte Weiterentwicklung der Natur- und Kulturlandschaft, des Natur- und Kulturerbes. Schon seit einigen Jahren ist ein anhaltender Trend zu beobachten, der zeigt, dass in Südtirol in vielen Bereichen des Wirtschaftens das Maß bereits verloren gegangen ist und sich fast alles um den Gott des Konsums und des Kommerzes beugen muss. Dass es keine Tabuzonen mehr gibt, Allgemeingüter von den von der Politik unterstützten Lobbyisten beansprucht und ausgeraubt werden. Denken Sie an den in unserem Land so knappen Grund und Boden oder beispielsweise an die Ressource Wasser. Konkret und aktuell heißt es, dass unsere Anstrengungen besonders darauf gerichtet sind, zum Beispiel auf den überbordenden Tourismus aufmerksam zu machen. Speziell davor zu mahnen, dass im Grünen weiterhin neue Tourismuszonen entstehen und die Landschaft vereinnahmen, während Tourismustreibende andererseits gerade mit schönen und unberührten Landschaften oder traditionellen Kulturelementen werben. Ich habe beobachtet, dass wir von den, ich nenne es hier mal salopp, Machern oft als Bremser des Fortschrittes hingestellt werden, nur weil wir uns für das Maßhalten aussprechen. Aber ohne ein Innehalten und zukünftig größeres Maßhalten wird es bald keinen Fortschritt mehr geben. Ich denke, genauso machen wir es auch weiterhin. Wir werden mit Zivilcourage und Engagement auftreten. Unsere Argumente sind schlagkräftig. Wer ehrlich ist, weiß, dass unsere Kritik oft mehr als berechtigt ist. Schon im Corpus Juris Civilis des Kaisers Justinian aus dem Jahre 533 n. Chr. steht, die Wahrung des Gemeinwohls steht vor der Beachtung des privaten Nutzens. Und damit schlagen wir den Bogen zurück zu den Gründervätern des Verbandes, deren wegen wir heute hier sind und feiern. Sie gründeten 1949 den Verband mit dem primären Ziel, Zitat, die Interessen der Allgemeinheit den Behörden gegenüber wirksamer vertreten zu können. Das werden auch wir in Zukunft tun, für unsere Landschaft, für unsere Baukultur, für unsere Tradition, für unsere Geschichte und für alle Menschen in unserem Lande. Und ich schließe mit einem Dank. Ich danke allen, die sich darum ernsthaft bemüht haben und weiterhin bemühen werden. Ich danke den vielen heimatverbundenen Menschen, die in irgendeiner Weise mit ihrem Einsatz, mit ihrer klaren Positionierung, mit ihrer Überzeugungsarbeit, mit ihrem Beispiel, mit Herz und Verstand unsere Heimat ein Stück weit lebens- und liebenswerter gemacht haben und machen. Danke vielmals. Ich begrüße jetzt die Frau Landesrätin. Es freut mich sehr, liebe Maria Huck-Rober-Kunzer, dass sie, dass du heute da bist. Du bist natürlich eine ganz wichtige Ansprechperson in vielen Belangen, mit denen wir uns Heimatschlägerinnen und Heimatschläger beschäftigen. Du hast ja die wichtigen Agenten Denkmalpflege und Raumordnung übrig. Wir finden in dir eine sehr angenehme Gesprächspartnerin und möchten dir auch jetzt schon sagen, dass wir deine Stellungnahmen, die du letztendlich auch gerade in Bezug auf Tourismusbetriebe usw. gegeben hast, sehr zu begrüßen verstehen. Danke, Thiemann. Ich darf nun den Referenten und den Festredner des heutigen Tages, Dr. Hans Heiß, das Podium bitten. Bitteschön. Als der Heimatpflegeverband 1949 gegründet wurde, war die Heimat Südtirol in vieler Hinsicht zerbrochen. Mehr Fiktion als Wirklichkeit. Das Land und seine Gesellschaft standen nach 30 Jahren 1949 schwerer Verwerfungen vor der Aufgabe neuer Orientierung, noch ohne Navigationssystem für ihre künftige Ordnung, ohne inneren Halt. Südtirol war 1945 die Vereinigung mit Österreich neuerdings verweigert worden. Das Pariser Abkommen von September 1946 erschien dafür ein nur dürftiger Satz zu sein. Die erste Autonomie und die Rückoption ab 1948 bildeten die noch schwachen Grundlagen einer ungewissen Zukunft. Hauptaufgabe der Politik war das neuerliche Zusammenführen der gespaltenen Bevölkerung und die Sicherung ihres Minderheitenstatus. Dafür waren die erste Voraussetzungen gesichertes Einkommen, gesicherte Existenz, aber unmittelbar gefolgt von der Pflege der eigenen, lange unterdrückten Sprache und Kultur. Heimat war daher im Stichjahr 1949 noch mehr Aufruf als Realität, mehr Appell als Wirklichkeit. Um 1970 standen der Verband und die Heimatpflege vor einer Wende und einer umfassenden Orientierungslage. In den 20 Jahren seit Gründung hatte er zwar vieles erreicht, die Serie der Folge in institutioneller Hinsicht in den gesetzlichen Rahmenbedingungen und der Fülle der Einzelaktionen war beeindruckend, keine Frage. Als Landesrat Benedikter um 1980 mit dem Landesentwicklungsprogramm, dem vielberedeten LEP, im Volksmund auch gerne LEPs genannt, eine urbanistische Notbremse zog, war es bereits vielfach zu spät. Verschließung und Baubegeisterung hatten ein Ausmaß an materieller Kultur zerstört und einen Bestand an Heimat platt gemacht, wie dies auch in der Ära des Faschismus nicht gelungen war. Die neue Obfrau Claudia Blaikner hat sich mit dem Vorstand und dem Bezirk in großer Entschlossenheit dem Thema Raumordnung, Baukultur und der Grenzen der Erschließung gewidmet. Dieser Einsatz erfolgt zeitgerecht, da das seit 2016 anhaltende Wirtschaftswachstum, die Grundsubstanz Südtirol voll in Anspruch nimmt, Boden und Landschaft. Dabei gerät die grundnotwendige Schaffung von Wohnraum gegenüber der Expansion von Sektoren wie des Tourismus und seiner Infrastrukturen weit ins Hintertreffen. Wo der Erhalt und die Pflege von Landschaft oberste Priorität haben müssten, gibt es oft nur matte Gegenwehr, oft nur ein Schulterzucken. Die Wahrnehmungsstörung in Fragen der Kulturlandschaft hat ein Ausmaß erreicht, wie es noch vor 40 Jahren nicht denkbar gewesen wäre. In der digitalen Welt, auch in Südtirol, erscheint Landschaft oft nur mehr als eine Benutzeroberfläche. In der Arbeitsteilung mit den oft vitalen Bezirken leistet der Landesverband, leistet der Verband hier permanenten Feuerwehrdienst. Es wird eine Zukunftsaufgabe sein, hier neue Partnerschaften zu bauen zwischen dem Landesverband und Schwesterorganisationen wie dem Nachverband für Natur- und Umweltschutz, den alten Vereinen, dessen Vorstand Georg Simeone hier ist, mit denen Arbeitsteilung vonnöten ist. Mit den Institutionen des Landes, die von oft lauem Wohlwollen wieder zu jener proaktiven Haltung finden sollten, die sie früher stärker charakterisierte. Vordringlich ist aber auch eine neue Partnerschaft mit der Landesregierung, die in einzelnen Positionen, liebe Maria, gute Hoffnung weckt und es geht nicht ohne kritischen Dialog, wenn nicht Schlagabtausch mit den großen Verbänden, in deren Interessenlage ein Gerüttelmaß an Heimatbewusstsein einfließen sollte. Und dass Heimatpflege Netzwerkarbeit ist, wissen die Obfrau, die Geschäftsführer und sie alle am besten. Ebenso, dass Heimat auch Mut zum Konflikt bedeutet, zum Streit mit offenen Visieren. Dieses tätige Schaffen von Heimat ist gegenwärtig mehr denn je gefordert, in einer Gegenwart, in der die Ortlosigkeit wächst und die Heimaten stündlich zerstört, im Krieg gegen die Natur, in Flucht und Vertreibung. Umso dankbar sind wir für die Leistung des Verbandes von Ihnen und euch allen. Der Landesverband hat die enge Beziehung von Orten und den hier lebenden Menschen gefestigt. Er stiftet Verbindungen der Herkunft, der Gegenwart, die Gegenwart und Zukunft verknüpfen. Sie schaffen Räume der Verantwortung und der Verbindlichkeit, aber auch der Schönheit. Dieses Netz der Partizipation und des Gemeinsinns ist Goldes wert. Er trägt wesentlich dazu bei, Südtirol lebensfähig und lebenswert zu erhalten. Nicht, nicht als den begehrlichsten Lebensraum Europas, sondern als Heimat für die hier Lebenden und für die nach uns Kommenden. Herzlichen Dank. Applaus 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 Alle klatschen! Applaus Wenn ich an Heimat denke, dann ist mir heute während den exzellenten Referaten eingefallen, Heimat, der Begriff Heimat ist so wie die Dreifaltigkeit. Man kann es nicht sagen, das ist es. Viele Menschen fühlen etwas anderes und sagen, für mich ist Heimat. Wenn ich etwas sagen darf, was ist für mich Heimat? In erster Linie ist für mich Heimat ein Platz, wo ich mich wohlfühle. Und es ist meine Verantwortung jetzt als politische Vertreterin, diesen Platz, dass der auch bleiben kann. Und viele Menschen, wenn Südtirol 530.000 Menschen, die hier leben, hat, dann haben, denke ich und so wünsche ich es mir auch, all diese Menschen einen Platz in unserer Heimat, der für sie Heimat ist. Und jetzt komme ich ganz konkret, wie können wir es gestalten? Und das auch auf politischer Ebene. Ihr wisst, dass das neue Raummodulungsgesetz mit dem kommenden Jahr, wann auch immer, aber sicher im kommenden Jahr, in Kraft treten wird. Im Raummodulungsgesetz ist vorgeschrieben, dass jede Gemeinde, die ihre Siedlungsgrenze zieht, das heißt, wo entwickeln wir uns, in welche Richtung, muss auch, nicht nur freiwillig bis jetzt, sondern muss auch, wenn sie diese Siedlungsgrenze genehmigen will, einen Ensembleschutzplan vorlegen. Da liegt wieder die Chance einer guten Zusammenarbeit. Da brauchen wir 116 Gemeinden in unserem Land, Menschen, die sich dafür einsetzen, dass dieser Ensembleschutzplan nicht ein Alibi-Plan wird. Es ist legitim, das sage ich auch ganz offen, von Einzelnen, die sagen, ich möchte mehr davon haben, aber es ist unsere Verantwortung, zu sagen, wir müssen auf das Gemeinwohl schauen, auf das Ganze. In diesem Sinne, werte Vorsitzende Claudia Bleifner, wünsche ich mir auch in Zukunft eine gute Zusammenarbeit, sei es in der Denkmalpflege, sei es im ganzen Bereich Raumordnung und Landschaftsschutz. Und ich denke, vom Aufbruch jetzt, diese Aufbruchstimmung, die merke ich bei euch, denke ich, können wir gemeinsam beide vieles zum Wohle der Gemeinschaft machen, eine bestimmte Zeit lang und dann werden wir, sagt wir, wieder abgeben. Dankeschön. Danke, Frau Landesrätin. Ja, jetzt sind wir soweit. Ich darf Sie herzlich einladen, sich drüben bei Blend, Wurst und Käse zu bedienen. Während Sie Mittagessen wird Toni Höller uns ein bisschen musikalisch auch unterhalten. Und auch während dem Mittagessen darf ich die Mundartichterinnen und Mundartichter im Heimatpflegeverband, die sich zahlreich gemeldet haben und gesagt haben, Sie würden gerne, und Sie haben zum Anlass, zum heutigen Anlass, ein Gedicht geschrieben, so bitte ich Sie nach und nach, während dem Essen ans Pult zu kommen und Ihr Gedicht vorzutragen, sich selber bitte vorzustellen, damit ich nicht jetzt alle einzeln vorstellen muss. Und das machen wir jetzt so ganz gemütlich, während wir Mittagessen. Und das machen wir jetzt so ganz gemütlich, während wir Mittagessen. Und das machen wir jetzt so ganz gemütlich, während wir Mittagessen. Und das machen wir jetzt so ganz gemütlich, während wir Mittagessen. Und das machen wir jetzt so ganz gemütlich, während wir Mittagessen. Also Schien, Schiener am Schiensten. Jung, Jünger am Jüngsten. Dumm, Dümmer am Dümsten. Ich meine da ganz gezielt, Wirtschaft und Tourismus boomen in Südtirol seit Jahrzehnten. Aber wir brauchen einen Ausbau von unserem Flughafen, weil wir sonst nicht mehr mithalten können. Also Tourismus und Wirtschaft seien ohne Flughafen in Boazen nie entstanden. Deswegen müssen wir ihn ausbauen. Und da hat es ja schon zwei Referenten dümmer gegeben. Oder am Referenten dümmsten, ob wir noch ausbauen müssen. Ich habe nichts gesagt. Weil ich weiß ja allein, dass das Maximum an Passagieren am Flughafen Boazen im Jahr 2014 50.000 nach 58.336 waren. Flughafen Innsprung, der so weit weg ist von uns, haben eine Million Passagiere. Also wir müssen auf 170.000 bis zum Jahr 2020 ausbauen, damit wir uns im Flughafen Boazen leisten können. Ich habe nichts gesagt, ich weiß ja nichts. Ich verstehe nichts vom Flughafen. Und die Pfleger verbrauchen ja allein Sauerstoff, oder? Durch viele kleine und größere Initiativen hat Dr. Peter von Helberg stets an der Verwirklichung der Ziele der Heimatpflege gearbeitet. Er hat aber auch wichtige institutionelle heimatpflegerische Schritte unternommen. Und so 1983 den Verein für Heimatpflege Eppern neu gegründet und seither die Obmannschaft innegehabt. Nicht unerwähnt bleiben darf aber auch sein Mitwirken im Verbandsvorstand. Von 1984 bis 1995 war Peter von Helberg Mitglied des Landesvorstandes und von 1996 bis 1998 dessen Rechnungsprüfer. Unter Berücksichtigung all dieser Tätigkeiten für die Heimatpflege und als Anerkennung für seine vielfältigen Leistungen habe ich jetzt die Ehre, Dr. Peter von Helberg, das goldene Verbandsährenzeichen des Heimatpflegeverbandes Südtirol zu überreichen und ihm dadurch unseren aufrichtigen Dank auszudrücken. Dankeschön für die große Auszeichnung. Es gilt aber eigentlich meinen Mitarbeitern alles qualifizierte Fachleute in ihrem Beruf, weil ohne meine Mitarbeiter, ohne die Forschungsmittel hätte ich gar nichts zusammengebracht. Dankeschön. Gott sei Dank gibt es bei INSE Südtirol Leute, die sich kümmern um das Land mit Wohl, denen die Heimat und ihre Pflege wichtig ist, wie das Orgegehege. Darum dürfen wir aufbewahren und weitergeben, was wichtig ist im Heimatleben. In den nächsten 70 Jahren probieren, den Foden eck zu verlieren. Dankeschön. Ich bin von Pfalzen, knapp Hans. Pfalzen war ja früher ein verlorenes Dorf, ein unbekanntes Dorf. Aber seitdem der Landeshauptmann geworden ist, wissen alle, wo Pfalzen ist. Und vor allem in der nächsten Zeit, wenn man so die Zeitungen gelesen hat, haben wir ganz einen bekannten Pfalzener. Das ist der Doktor Doktor Saad. Was ist, wo ist Heimat und was ist Heimat und was ist ihr Wert? Für den einen ist es ein Ort, für den anderen ein starkes Gefühl. Und alle haben recht, weil man etwas Besonderes sein will. Ich glaube, wenn man das Äußere sein lässt und in sich selber einschaut, da kann ich sehen, wie es in meinem Herzen und in meiner Seele ausschaut. Da finde ich die richtige Heimat und mein Zuhause zu jeder Zeit. Ich muss bei mir selber sein, in Dankbarkeit und Zufriedenheit. Nur ist es nicht mehr wichtig, was ich als bin und was ich als habe. Und ich soll überlegen, was ich mitnehmen kann in meine Heimat und in mein Grab. Vielen Dank. Vielen Dank.